Allauch ist eine französische Gemeinde mit 21.276 Einwohnern im Departement Bouches-Durone in der Region Provence-Alpes-Côte d'Azur. Geografie Allauch liegt zwischen dem 12 Kilometer entfernten Marseille und dem 13 Kilometer entfernten Aubagne. Die Gemeinde besteht aus folgenden Ortsteilen Allauch Village, Les Logesneuf, La Paunche, Fontvielle, Pai Dautry. Die Nachbargemeinden von Allauch sind Mimit, Saint-Savonin und Kadolive im Norden, Paipen im Nordosten, Roqueville im Osten, Aubagne im Südosten, Marseille im Süden und Südwesten und Plan de Couques im Westen. Geschichte Die Geschichte der Stadt geht weit zurück. Im 10. Jahrhundert wurde sie von den muslimischen Mauren belagert. Die Dorfbewohner standen vor dem Verhungern. Doch den Belagerern spielten sie vor, dass es ihnen gut gehe, worauf diese abzogen. Von der Burg des Ortes sind heute nur noch wenige Ruinen verblieben. Die Kapelle Notre-Dame du Chateau von 1148 existiert noch. Vor der französischen Revolution gehörten drei Viertel des Landes von Allauch den Bauern, 20 Prozent dem Adel und dem Bürgertum. Jedoch nur drei Prozent dem Klerus-Wappen. Beschreibung In Blauier ein weißer offener Flug schräg zum oberen Eck gelegt, darunter ein weißer gestürzter Halbmond und drei fünfzarkige Sterne. Kultur und Sehenswürdigkeiten Mittelalterliche Burgkapelle Notre-Dame du Chateau Église Saint-Sebastien aus dem 16. Jahrhundert Städtepartnerschaften Vaterstädten Bayern Seit 1982 Vekuikwense Italien Seit 2004 Amavir Armenien Seit 2005 Persönlichkeiten Tudemonier Französische Schriftstellerin und Feministin Marcel Pagnol Französischer Schriftsteller, Dramaturg und Regisseur SiD Städtepartner ки Z Pagnol Ver Pagnol 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 Ver owe Res dating ivo